Hallo, willkommen zu einem Video von Ahrkultichpur, in diesem Video das letzte Mal Match Tag 17, 18 mit der Sammelnmappe, wo ich nochmal alle Karten zeige, die ich während den ganzen Packs und alles gesammelt habe. Ja, und dann fange ich an. Einmal Augsburg, da fehlt der eine Runden, sonst sind alle da, sonst alle komplett. Komplett, Hertha, fehlt auch einer, und da einer, Bremen, ist komplett, sind alle da, bei Dortmund fehlt da einer, und da einer, Frankfurt, auch alle da, Freiburg, ups, das war Hamburg, ich glaube Freiburg auch alle da, Hamburg, und auch Hamburg fehlt unten einer, und da, sonst auch da alle, Hannover, fehlt da einer, und da einer, sonst da auch alles wieder, da fehlt keiner, Hoffenheim, ist komplett, Köln, fehlt da einer, Leipzig, fehlt da einer, und da oben und da noch, Leverkusen, fehlt da oben noch einer, Mainz fehlt noch das Klublogo, und da noch zwei Karten, und da noch eine, Gladbach fehlt auch Klublogo, und da unten noch eine, und da eine, Bayern, ist komplett, Schalke, komplett, Stuttgart, komplett, und Wolfsburg fehlt da oben eine, und da zwei. Ja, und jetzt kommen noch die Matchwinner, da ist einmal, da fehlt da, Augsburg fehlt einer, bei Hertha ist auch nur einer, Bremen, alle drei Matchwinner, und komplett, Dortmund, alle drei komplett, da ist gar keiner, Freiburg, nur einer, alle drei von Hamburg, alle drei Matchwinner von Hamburg, alle drei von Hannover, und alle drei von Hoffenheim, da fehlt einer bei Köln noch ein Matchwinner, oder glaubst du so, die Klub bei 100, glaube ich sogar, der fehlt, bei Leipzig alle drei Karten, bei Leverkusen fehlt auch eine, bei Mainz fehlt eine, bei Gladbach fehlt auch eine, und bei Bayern sogar, die beiden Klub bei 100 Karten, also einmal Hummels und einmal Lewandowski fehlt, da, bei Schalke auch gar keine, bei Stuttgart fehlt eine, und bei Wolfsburg fehlt auch eine. Da noch die Klassik-Klub bei 100, einmal, da habe ich Reverie, von 8, 9, Gormis von 9, 10, Schweinsteiger von 10, 11, Robben von 11, 12, 12, 13 fehlt, 13, 14, Götze, 14, 15, Lahm fehlt, 15, 16 ist da, und 16, 17, Sau fehlt ebenfalls. Ja, dann kommen noch die Torik-Karten, da fehlten auch zwei Stück, dann auch noch bei den Round-Teenern fehlen noch Karten, da auch noch eine, bei den Legenden fehlt da die unten noch, alle Taktik-Karten, alle fünf, dann alle Shooting-Stars aus dem Adventskalender, alle da, komplett, und dann noch ein paar limitierte, zwar Rodriguez, Ortsunali, Kagawa, Amiri, Junuzovic, Nia Lechner und Höker als limitierte Auflage. Rodriguez ist Starter-Pack, Ortsunali-Multipack, Kagawa-Blister, Amiri-Kalender, Junuzovic-Kalender und Nia Lechner und Höker sind aus der Bravo-Sport. Ja, und das war's von der Match-Tags 17, 18 Samml-Mappe, von meiner Match-Tags 17, 18 Samml-Mappe. Ja, und jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr von 17, 18 kommen, ist auf jeden Fall nichts geplant, ja, und dann bis zum nächsten Video, ciao!